Mit einem Klick den Himmel auswählen und bearbeiten oder mit einem Klick den Hintergrund auswählen bei einem Portrait, um ihn dunkler zu machen. Das klingt erstmal ziemlich abgespaced, aber es ist möglich und zwar in Adobe Lightroom und zwar seit heute. Es gibt ein neues Update, Lightroom Version 11 ist draußen und Leute, wenn es mal ein großes Update gab, dann heute, weil da ist eine Funktion dazu gekommen, die wird die Bildbearbeitung verändern. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, es ist tatsächlich so. Ich habe es gerade ausprobiert. Man kann wirklich mit einem Klick den Himmel auswählen. Lightroom maskiert alles automatisch. Man kann wirklich mit einem Klick den Hintergrund auswählen, um zum Beispiel beim Portrait den Hintergrund dunkler zu machen. Man kann mit einem Klick auch den Vordergrund auswählen. Okay, da sind zwei Klicks, aber wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt und es ist wirklich mega krass. Es wird alles automatisch maskiert. Man muss nichts mehr selber maskieren. Man hat so viele Möglichkeiten. Man kann inzwischen mit Ebenen arbeiten in dem Maskierungsmodus. Wow, einfach krass. Und ich will euch das in diesem Video einfach zeigen, wie das funktioniert, weil ich bin selber so geflasht davon. Man braucht keinen Photoshop mehr. Man braucht es wirklich nicht mehr, weil es geht inzwischen alles in Lightroom. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Bleib auf jeden Fall dran, denn das ist wirklich was, was du dir anschauen solltest. Viel Spaß. Wir sind jetzt drin im neuen Lightroom Version 11 und ich bin auch direkt im entwickeln Modul. Ich habe mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht aus Italien, aus den Dolomiten und du siehst es schon, das hier ist die neue große Änderung. Hier oben, wo früher man sich einen Pinsel aussuchen konnte, einen Radialfilter, einen Verlaufsfilter und so weiter. Das Ganze sieht jetzt ein bisschen aufgeräumter aus und wir haben jetzt hier zum einen nach wie vor das rote Augenkorrekturwerkzeug. Wir haben hier einen Bereichsreparaturpinsel und wir haben das Transformieren oder beziehungsweise die Freistellungsüberlagerung, wie es jetzt auf Deutsch übersetzt heißt. Und hier haben wir dann das Maskieren Modul und da klicke ich jetzt einmal rauf und hier öffnet sich jetzt ein neues Menü. Das heißt, wenn du Lightroom aus früheren Versionen kennst, dann wirst du feststellen, aha, hier haben wir wieder Pinsel, linearer Verlauf und Radialverlauf. Aber wir haben auch neue Sachen mit dabei, wie Motiv auswählen und Himmel auswählen. Aber auch das ist noch nicht alles. Du wirst jetzt im Verlauf des Videos sehen, was wir damit noch alles machen können. Zum einen neue Maske hinzufügen. Wir haben die Möglichkeit, dass Lightroom jetzt ganz automatisch den Himmel auswählt. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Himmel auswählen. Ich klicke jetzt hier einmal drauf. Hier siehst du auch, der Himmel muss einmal kurz erkannt werden. Wir haben jetzt hier ein neues Fenster quasi. Masken nennt sich das Ganze. Und der Himmel wird entsprechend ausgewählt. So, jetzt kann ich mir hier die Überlagerung auch einmal anzeigen lassen, um zu gucken, hat das funktioniert oder nicht. Sieht ziemlich gut aus. Also Lightroom erkennt jetzt hier automatisch die Konturen des Himmels. Und dann kann ich mir entsprechend den Himmel bearbeiten, so wie ich das möchte. Ich kann mir hier übrigens auch jede Farbe für die Überlagerung aussuchen, die ich möchte. Also wenn ich jetzt das lieber in einem Grün haben möchte zum Beispiel, kann ich auch das tun. Man sieht jetzt hier so ganz leicht, dass jetzt auch in den Berg mit rein maskiert wurde. Das ist aber nicht wirklich viel. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich schädlich ist. So, ich werde jetzt hier die Überlagerung mal wieder ausblenden. Und was ich jetzt machen kann, ganz normal wie immer, ich kann also hier meine Regler anwenden. Ich werde jetzt hier mal die Regler erstmal wieder komplett zurücksetzen, indem ich die Options- oder Alt-Taste drücke und dann hier oben auf Zurücksetzen klicke. Und dann werde ich als erstes mal die Belichtung etwas runterdrehen, ein bisschen Kontrast reingeben, vielleicht hier noch so ein bisschen die Weißtöne nach oben ziehen und die Schwarztöne ein bisschen weiter nach unten. So, und schon habe ich den Himmel bearbeitet mit ein paar Mausklicks. Ja, früher hat man das Ganze dann zum Beispiel mit einer Verlaufsmaske gemacht, hat dann gesagt, man möchte nur die hellen Bildbereiche und so weiter. Inzwischen sagt man einfach Lightroom, bitte bearbeite den Himmel und schon passiert das Ganze. Also das ist schon echt mega cool. Ich kann hier oben übrigens jetzt auch mehrere Masken erstellen. Man sieht jetzt hier auch immer die, ja, die Vorschau wie in Photoshop quasi auch. Also alles, was weiß ist, wird bearbeitet. Alles, was schwarz ist, wird nicht bearbeitet. Ich kann jetzt hier auch wie in Photoshop quasi wie Ebenen arbeiten und mit einem Klick auf dieses Augensymbol, ja, diesen Verlauf, beziehungsweise diese Maske, die ich jetzt erstellt habe, ein- oder ausblenden. Übrigens eine ganz wichtige Sache an dieser Stelle. Es gibt quasi jetzt mehrere Begriffe dafür. Man kann sagen, man maskiert das Ganze. Man kann auch sagen, man erstellt eine Auswahl dafür. Das ist im Endeffekt alles genau dasselbe. Das heißt, ja, ich kann jetzt hier Lightroom quasi sagen, erstelle eine Auswahl für den Himmel und bearbeite es dann oder erstelle eine Maske für den Himmel und bearbeite es dann völlig egal. Man sieht jetzt auch, man hat hier Maske 1 und dann Himmel 1 und das ist so eine Untergruppierung davon quasi nochmal. Und ich kann jetzt hier auch in weiteren Schritten noch Sachen hinzufügen. Das heißt, diese Himmel 1 könnte ich zum Beispiel noch Sachen hinzufügen. Also ich könnte jetzt sagen, ich möchte mit einem Pinsel hier noch arbeiten und bestimmte Bereiche hier noch hinzufügen, wie zum Beispiel hier unten so ein bisschen, ja, die Bäume. Das kann ich jetzt hier einfach noch mit reinmalen. Und auch das ist dann in dieser Maske hier mit drin, wie man hier sieht. Und auch das ist wieder so eine eigene Untergruppierungsmaske. Also Pinsel 1 ist jetzt hier drin. Auch den kann ich jetzt hier wieder einzeln ein- und ausblenden, wenn ich das möchte. Und das Ganze wird dann hier oben in dieser überregionalen Maske, sage ich es mal, dann wieder zusammengefügt. Aber ich kann auch jederzeit sagen, ey, ich möchte diesen Pinselstrich jetzt wieder löschen. Und dann habe ich wieder nur die Himmelsauswahl. Richtig verrückt wird es aber jetzt. Und zwar kann ich mir jetzt nicht nur den Himmel auswählen, sondern ich kann das Ganze auch invertieren. Bedeutet, ich kann sagen, ey, ich möchte nicht den Himmel bearbeiten, sondern ich möchte den Vordergrund bearbeiten. Und das Ganze kann ich hier machen, indem ich jetzt hier auf Himmel 1 klicke und dann auf diese drei Punkte und dann einfach auf Umkehren. Und schon habe ich jetzt nicht mehr den Himmel bearbeitet, sondern den Vordergrund. Bedeutet, mit diesen beiden Klicks Himmel auswählen oder Objekt auswählen, Motiv auswählen, kann ich nicht nur den Himmel und das Motiv, also wie zum Beispiel ein Menschen auswählen, sondern ich kann auch immer den Hintergrund auswählen oder wie in dem Fall den Vordergrund. Und damit kann ich halt richtig gut spielen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier sagen, hey, ich habe jetzt den Vordergrund komplett ausgewählt, außer den Himmel. Und jetzt möchte ich aber von diesem Vordergrund hier noch ein paar Sachen subtrahieren. Und zwar kann ich zum Beispiel hier auch einen Luminanzbereich subtrahieren. Ich könnte jetzt also zum Beispiel sagen, ich möchte bestimmte Helligkeiten von diesem Vordergrund herausnehmen, wie zum Beispiel jetzt hier den Weg, weil der besonders hell ist. Und da werde ich jetzt einfach mal mit dieser Pipette draufklicken, die jetzt automatisch ausgewählt wurde. Bereichsmaskierung sagt mir hier Lightroom auch nochmal. Und schon habe ich jetzt hier diesen Luminanzbereich, also diesen Helligkeitsbereich ausgewählt. Den kann ich jetzt hier auch noch verschieben. Ich kann ihn hier erweitern. Ich kann hier auch noch die weiche Kante quasi einstellen. Also das ist richtig, richtig cool. Und natürlich kann ich jetzt auch hier wieder am Luminanzbereich sagen, ich möchte das Ganze umkehren. Ja, sieht jetzt hier natürlich nicht ganz so gut aus. Ich werde das jetzt hier auch mal wieder löschen. Aber du siehst einfach, wie viele Möglichkeiten wir jetzt haben, hier in Lightroom bestimmte Dinge zu maskieren bzw. auszuwählen und dann entsprechend auch zu bearbeiten. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier erstmal wieder löschen, Luminanzbereich löschen. Und hier auch den Himmel wieder umkehren auf den Himmel, denn das macht deutlich mehr Sinn, den Himmel hier entsprechend so zu bearbeiten. Aber ich könnte mir jetzt eine weitere Maske erstellen. Ich klicke jetzt hier oben auf Neue Maske erstellen und sage jetzt hier mal Luminanzbereich. Ja, und das mache ich jetzt mal völlig unabhängig von dem Himmel. Den habe ich jetzt extra bearbeitet. Und ich werde mir jetzt hier einen neuen Luminanzbereich erstellen. Und zwar geht es mir jetzt hier vor allem um die dunklen Farbtöne. Und man sieht jetzt hier auch immer sehr schön gleich in der Vorschau, welche Bereiche ich dann jetzt hier wirklich bearbeiten werde. Also in dem Fall jetzt alles, was grün überlagert ist. Und mit diesem Regler hier kann ich das Ganze jetzt hier noch von der Auswahl weicher oder sehr stark abgekantet machen. Ich werde jetzt hier das Ganze mal relativ weich einstellen, damit man einen guten und weichen Übergang hat. Und jetzt könnte ich sagen, diese dunklen Bildbereiche, die ich gerade ausgewählt habe, die möchte ich noch ein bisschen heller machen. So, und jetzt haben wir hier ein Bild mit relativ wenig Kontrast. Aber genau das wollte ich jetzt erst mal an dieser Stelle haben, dass wir jetzt hier überall Details wirklich drin haben. Man sieht es jetzt hier auch sehr schön an dem Histogramm. Links und rechts stoße ich nirgendwo mehr an. Und ich habe jetzt hier tatsächlich auch eine Luminanzmaske erstellt, ohne dass ich wie früher erst mit einem Verlaufswerkzeug arbeiten musste, worauf ich dann eine Luminanzmaske erstellen konnte, sondern ich kann jetzt direkt eine Luminanzmaske erstellen, ohne dass ich vorher einen Verlauf, einen Radialfilter oder einen Pinsel anwenden musste. Also auch das ist jetzt richtig cool geworden. Und ich kann mir so viele Masken erstellen, wie ich möchte und damit arbeiten, die jeweils wieder einzeln ausblenden, einblenden. Ich kann zu jeder Maske hier weitere Sachen hinzufügen. Also da ist Lightroom so unfassbar gut geworden. Das ist wirklich richtig toll. Und ich werde jetzt hier mal noch eine weitere Maske erstellen und nochmal einen Luminanzbereich erstellen. Und diesmal werde ich jetzt hier die Mitteltöne so ein bisschen auswählen. Also von 20 bis 80 ungefähr. So, und jetzt werde ich hier nochmal richtig schön Kontrast aufbauen. Also ziehen wir hier mal ein bisschen Kontrast rein und werden mal hier noch die Schwarztöne ein bisschen abdunkeln. Die Weißtöne ein bisschen hochdrehen. Jetzt werden wir das Ganze hier vom Übergang noch ein bisschen weicher machen. So, und jetzt sieht es doch richtig gut aus. Alleine jetzt dieser Effekt nochmal hat richtig viel gebracht und das Bild sieht richtig klasse aus. Und wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich jetzt hier die Masken ein- und ausblende, so sah das Bild vorher aus, komplett unbearbeitet. Und so sieht es jetzt danach aus mit den Masken. Haben wir doch schon eine ganze Menge erreicht. Und vor allem, wir haben so viel wirklich lokal bearbeitet. Wir haben jetzt überhaupt noch nichts an dem Bild gemacht, was jetzt hier global eingestellt wurde, sondern wir haben alles wirklich mit Masken gemacht. Und ich finde, dass Lightroom dahingehend richtig, richtig gut geworden ist und vor allem auch eine richtige Power entwickelt hat. Also inzwischen braucht man eigentlich wirklich kein Photoshop mehr, weil man hier jetzt entsprechend quasi auch Ebenen hat. Eine Sache natürlich, wenn du jetzt in Photoshop das Bild weiter bearbeiten möchtest, dann werden diese Masken hier nicht mit übertragen. Das heißt, die werden jetzt hier wirklich in das Bild quasi eingearbeitet. Und wenn du das Bild dann in Photoshop öffnest, dann ist es quasi wieder eine Ebene. Also diese Masken, die kann man jetzt leider nicht in Photoshop mit übernehmen. Aber ich sage mal, das meiste kann man ja jetzt hier auch wirklich direkt im Bild bearbeiten. Schauen wir uns mal ein weiteres Beispiel an, wo ich jetzt hier zwei Personen drauf habe. Und auch hier sollte das Maskierungstool gut funktionieren, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal sage Motiv auswählen. Dann erkennt Lightroom hier auch automatisch diese beiden Menschen. Und du wirst gleich sehen, wie gut diese Maske funktioniert. Und ich möchte die beiden jetzt so ein bisschen vom Hintergrund separieren. Das heißt, den Hintergrund ein bisschen dunkler machen. Und das war früher natürlich auch gar nicht so einfach möglich. Und jetzt kann ich hier, wie gesagt, einfach sagen, ich möchte, dass die beiden Menschen maskiert werden. Jetzt könnte ich theoretisch sagen, okay, ich möchte die beiden einfach ein bisschen heller machen. Aber das ist ja nicht wirklich Sinn der Sache, weil die sind ja schon hell. Sondern stattdessen möchte ich den Hintergrund abdunkeln. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal alles ein bisschen dunkler. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht die Menschen dunkler machen, sondern den Hintergrund. Und deswegen werde ich jetzt hier dieses Maskenmodul nochmal aufmachen. Und jetzt hier sagen, Motiv einmal bitte umkehren. Und schon, bumm, machen wir den Hintergrund hier dunkler und nicht mehr die Personen im Vordergrund. Und jetzt schaut euch mal an, was das für einen Unterschied macht. Vorher, nachher. Und das wirklich mit wenigen Klicks. Also, wie cool ist denn bitte das, dass wir inzwischen so einfach, so schnell, so eine gute Bearbeitung hinbekommen. Und jetzt schaut euch mal an, wie jetzt hier auch die Haare aussehen. Also, ich muss wirklich sagen, gehen wir mal raus hier. Hier sieht man so mal gar nichts von irgendeiner Maske, dass das irgendwie schlecht maskiert wäre oder so. Da sind wirklich jedes einzelne Härchen ist hiermit ausgewählt worden. Also, das funktioniert tatsächlich richtig gut. Natürlich, ich muss es auch noch an verschiedenen Beispielen ausprobieren. Aber jetzt erst mal so an sich ist das auf jeden Fall eine Funktion, die mich richtig begeistert und wo ich sagen muss, wow. Also, da hat Lightroom wirklich, oder Adobe in dem Fall, hat Lightroom da eine sehr, sehr coole neue Funktion verpasst. Diese neuen Masken. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du Bock hast, selber Lightroom zu lernen, dann schau doch mal bei meinen Videokursen vorbei. Natürlich, die sind jetzt noch nicht geupdatet auf die neue Version, aber da werde ich in den kommenden Tagen ein Gratis-Update nachschieben, wo man sich dann mit diesem Maskierungsmodus genau befasst. Das wird also sehr, sehr umfangreich werden. Nicht nur wie jetzt hier, wo man mal kurz reinguckt, sondern da werden wir uns sehr umfangreich damit beschäftigen, wie man sehr komplexe Masken erstellt und so weiter. Und das wird es, wie gesagt, als Gratis-Zugabe noch dazugeben, um den Kurs wieder up-to-date zu machen. Das heißt, wenn du jetzt Bock hast, Lightroom von Grund auf zu lernen, Lightroom für Anfänger, oder aber auch, wenn du Lightroom Fortgeschrittener bist, dann gibt es Lightroom für Fortgeschrittene. Kannst du dir also mal reinziehen. Aktuell gibt es auch eine Aktion noch bis Sonntag, also bis einschließlich dem 31.10., wo man auch noch mal 20% spart. Also statt 40 nur noch 32 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Schau da mal vorbei. Und wie gesagt, in den kommenden Tagen wird da auch das neue Thema dann noch gratis nachgeschoben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und vor allem beim Bild bearbeiten mit dem neuen Lightroom. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.